Herzlich Willkommen zum zwölften Teil von Let's Play Soma. Ja, ich habe nach der letzten Aufnahme mich nochmal ein bisschen umgeguckt, weil ich hatte keine Lust jetzt nochmal eine Folge lang damit zuzubringen, hier rumzulaufen und nichts hinzubekommen. Ich habe mir in etwa schon mal angeguckt, was es zu tun gibt und bin auf die ein oder andere Falle gestoßen. Was mir nach einiger Zeit aufgefallen ist, ist dieses Terminal hier. Da haben wir Zeppeline und hier stehen drei Zeppeline zur Auswahl quasi und eines davon ist inaktiv, die anderen sind gar nicht erreichbar. Also 480 ist nicht erreichbar, genauso wenig wie 216. Jetzt haben wir allerdings hier noch Zeppeline 049 und das wiederum ist nur inaktiv. So, dann können wir mal gucken, das zurecht finde ich mich hier immer noch nicht übrigens, wo diese Antennenstation ist. Da, da ist die Antennenstation. Blubb. Und was ich vorhin falsch gemacht habe, ist, dass ich das Signal suchen wollte, indem ich gedrückt gehalten habe. So einen auf Radar. Das ist aber total falsch. Ich muss es nämlich so lange an einem Ort halten, bis er mir sagt, ist da ein Signal oder nicht. Kein Signal. Kein Signal. Kein Signal. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das total nervenaufreibend ist und total viel Zeit kostet, alle acht Kanäle so durchzugehen. Kein Signal. Kein Signal. Kein Signal. So, ich muss das allerdings machen. Habe auf Kanal 2 auch direkt, ne, hier ein Signal gefunden. Eine Linkverbindung hergestellt zu Zeppelin 480. Habe mich gefreut, bin zurückgelaufen zu dem Terminal und der hat mir gesagt, ist ja gar nicht verfügbar. Ist ja gar nicht erreichbar, dieses Zeppelin. Also musste ich weitersuchen und habe, ich glaube auf 5, habe ich irgendwo das richtige Signal gefunden. Aber fragt mich jetzt bloß nicht wo. Genau gemerkt habe ich mir den Kram nämlich auch nicht. Da. Linkverbindung hergestellt, 049. 049. So, damit verlassen wir dann dieses Terminal und rennen zurück. Robert, Mensch. Roberto Roboter. Rennen zurück, nehmen unseren Freund den Feuerlöscher mit. Zu diesem komischen Terminal, wenn ich das denn wieder finde. Es muss da, da, da ist es, da ist es, das Terminal. So, dich legen wir mal da hin. Na, nicht zu weit. Ey. Komm, du kommst wieder mit gleich. Gehen wieder auf Zeppeline. Und haben wir hier, Schadens inaktiv, Echo. Transport aktiv, unspecified cargo. Transport aktiv, unspezifizierter Transport. Heißt, äh, weiß wohl keiner, was da drin ist. Transport anfordern. Ankommend. Zeppelin ist auf seinem Weg. Gehreit. Oh, da sehen wir, wie es ankommt. Sehr cool. Wow. Nimm deinen Feuerlöscher mit. Da, da kommt's, da kommt's, da kommt's. Da kommt's. Da kommt's. Da kommt's. Alter, ich werd verrückt. Hätten wir uns diesen ganzen Käse in der letzten Folge sparen können. Naja. Na los, lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Ach so. Aber, äh, dich lass mal schon mal da. Bevor wir hier einsteigen, möchte ich euch noch was kurzes zeigen. Das fand ich nämlich total niedlich, als ich hier nochmal rumgelaufen bin. hoffentlich kostet das nicht so viel Zeit, aber es, das muss ich euch zeigen. Das fand ich zu geil. Hey, try the other one. It's not working. Muss ich nur, nochmal diesen, diesen Abgrund finden. Wenn ich nicht allzu toll im Kreis laufe, denke ich, kostet das auch nicht so viel Zeit. nicht runterfallen. Schön, vorsichtig. Hoaa! Robert! Hilfe! 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 Das war's für heute. Danke schön, kleiner Freund. Danke, Freund. Ja, das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, weil ich das total niedlich finde von unserem kleinen Freund, dem Hilfsroboter. Und jetzt sehen wir zu, dass wir aufs Shuttle, äh Quatsch, Quatsch, auf den Zeppelin kommen. Wenn wir ihn denn wiederfinden. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber das musste ich euch noch zeigen. Ne, das ist jetzt die Dingsstation da, die Augsstation. Also muss es in dieser Richtung liegen. Immer schön den Gleisen hinterher. Da kann uns eigentlich nichts passieren. Zack, da ist dieser Terminal und da geht's zum Zeppelin. Danke für eure Geduld, echt vielen Dank, aber na, ich wiederhole mich. Na, zack. Dich nehmen wir mit. Wer weiß, was passiert. Das Terminal ist black. Und da kann unsere Kartoffel ran. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately, Nate. You think you can get us to Thea? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure you can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The tool box over there says it has a stun baton. You can use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Oh, nein. Nee. Eine Waffe? Ich brech zusammen. Aber Robert nehmen wir nicht. Da suchen wir diesen anderen Ed. Nein. Nein. Na komm, wo bist du? Wo bist du? Wo treibst du dich rum? Du warst doch hier an der Antenne immer unterwegs, oder? Nein, wir nehmen nicht Robert. Das seh ich nicht ein. Da, da kommt er doch. Bleib hier! Bleib hier, du Roboter, du! Bleib da! Bleib da! Geht doch! Ey! Was mit der Waffe? Toll. Robert, ich könnte dir das nicht antun. Wirklich nicht. Du bist so ein lieber Roboter. Yeah! Ha! Kartoffel, da haben wir's. Und da? Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Ja, ich glaube, es ist okay. Ich bin ein Roboter. Haben wir das schon abgefahren? Ich wusste, dass ich es schon seit dem Epsilon aufgewachsen bin. Es ist einfach so zuzupressen. Mein Gehirn will nicht, mich zu denken. Es ist wirklich schwer, nicht zu denken. Ja. Könntest du vielleicht den Wunsch da drücken, damit wir gehen können? Oh, ja, sicher. Verzeiht, bitte. Gib ihm! Andale! Andale! Arriba! Auf zur Unendlichkeit! Und noch viel weiter! Tschüss, fucking Delta! Tschüss! Ihr habt mich ne ganze Folge gekostet! Ich hab alles, was ich brauche. Ich habe einen Feuerlöscher, ich habe meinen... Wo ist Robert? Hey, wo ist Robert? Mistvie, wo ist Robert? Wo hast du Robert gelassen? Ich steig sofort aus! Oder doch nicht! Oder doch nicht! Oder doch nicht! Ich bleib da! Du bist wirklich gut da hinten, Simon. Wir haben einen kleinen Delta-Detour, aber wir sind zurück auf der Straße. Ja. Wir sollten auf unserer Cargo-Platform außerhalb der Neda dann gehen wir einfach rein, holen wir den Dut zurück und gehen nach dem Abiss. 4.000 Meter. Das ist ein langer Weg. Wir haben keine Angst, weil wir mit dem Dumpack die Art könnte in der Mariana Trench sein sein. Das ist gut. Und dann, wir können zuhören zu anderen Menschen wenn sie sprechen, weil das ist wie die Gespräche funktionieren. Was? Oh, sorry, ich... ich... ich kann nicht stoppen zu denken, was wir haben. was wir haben. Es ist klar, dass wir nicht mehr Menschen sind. Aber dann, wie kann ich fühlen wie Simon? Wie kann ich fühlen wie wie irgendwas? Ich meine, technisch, ich habe keine Ere, keine Mache. Christ, das ist eine weirde Sache zu denken. Ich meine, ich mache, ich mache, ich sage, ich sage, Dinge. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Ihr neue Körper wahrscheinlich hat SENSES ähnliches zu denen Sie hatten als Mensch. Und Ihr Mind, nur eine Art zu verstehen, der Welt superimposiert diese Fähigkeit aufshalb Ihren neue Fähigkeiten. So, mein Mind ist es auf, wie nichts anderes ist. Wenn es nicht, dann wäre es wahrscheinlich nicht von Interaktieren mit der Welt. Und der Stress würde either kill you oder make you go insane. So, ich habe ein guter balance zwischen Bewusstsein und Ignoranz. So, ich habe nicht denken an Theta oder meine Gedanken machen. Ich kann es nicht sagen, ich nicht schaufe. Wir haben reale Dinge zu schützen. mit schaufe mit schaufe. Ich schaufe. Danke, Simon. Konzentriere dich auf in die VEDA, okay? Bis bald. Ich habe schon erwähnt, dass dieses Unterwasser-Ding echt eine coole Sache ist. Du wundernst, richtig? Er hängt mit einem Strat, wir müssen ihn移ern. Straski, komm das Infirmary bereit. Wir müssen schnell gehen. Warte, wo sind Kumaraibi und die anderen? Das ist alles, was wir haben. Ich glaube, es ist noch ein Delta. Emma, ich kann das nicht auf meiner eigenen Seite. Grab die andere Seite. Straski, bereit oder nicht, wir kommen in. Okay, bis bald. War ja wohl ziemlich lustig mit dem Straski. Komm mit. Feuerlöscher, komm mit. Ich denke mal, spätestens da drin kommt wieder dieses verkackte Magneto-Monster. Dem würde ich ja gerne mal eins auswischen. Ist das Ding auf? Kann jeder hören? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Serang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, Sir. Alright, everyone. Show's over. Get back to work. Authorized personal only. Ich finde ich bin autorisiert. Auch wenn ich nicht mehr wirklich eine Person bin. Soll ich zuerst ziehen oder erst drehen? Ziehen, drehen, ziehen, drehen Na komm, wir drehen Und ziehen Und nochmal drehen Und wieder rein Ah, okay Also wäre ziehen vorher auch kacke gewesen Yeah Ich bin El Technico Alto Belli Ist hier was los Mit Sicherheit haben sie es hier aber wirklich Oh, okay Oh 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 Hey, vielleicht wird das ja tatsächlich so einfacher als gedacht Zu diesem Dunbad Durchzukommen Okay, Wasser ist weg Das haben sie aber schnell abgepumpt Machst du mir jetzt die Tür auf? Ah, leck Ja, 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 ja Komm Ah, da geht die Tür auf Da geht's auf Hallo? Ich vermute ja schon, wie das Schlimmste ist. Ich glaube ja nicht, dass ich hier einfach in so ein Ding einsteige und alles ist tutti. Von daher... Na, Moment, den... Ey! Komm mal wieder her. Du bist mein Freund. Du bist Freund-Ersatz für Robert. Von daher beenden wir die Folge hier an dieser Stelle. Machen wir es mal ein bisschen knapper. In der nächsten Folge gehen wir da rein. Und tun unser Bestes. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Auf dann!